Naja, hier müsste ich auch noch weitermachen. Nja, nja, nja. Da brauche ich auch noch sehr viele Zapplings hiervon, ne? Dass wir das hier wirklich dann... Ja... Äh... Meine kleine Farm. Aber echt schön geworden, ne? Muss ich ja echt sagen. Der Stil gefällt mir echt. Ähm... Ne, ich will ja... Ah, ne, wir hatten gar nicht... Wir hatten einfach nur Gravel gemacht, ne? Wir hatten einfach nur normale Gravelwege gemacht. Steinwege hatten wir gar nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich hier vielleicht ein bisschen was aussortiert habe und das vielleicht in eine der Kisten reingepackt habe. Wenn nicht, crafte ich mir einfach welche. Pass auf, bevor ich mich jetzt hier, äh, dumm suche. Steinweg. Zweimal Anasite, zweimal Stein. Das kriegen wir hin. Dann lass uns nochmal zurückreisen. Was denn? Reifeisen. Warte mal, hatten wir... Ne, Knochenmehl hatten wir gar nicht mehr. Oh, wir müssen mal echt mal wieder bald ein paar Paskelette töten, ne? Was ist denn mit der Musik so übermotiviert auf einmal? Was ist da los? Ja, Steinwege, sie sind unser ewiger Begleiter. Schon seit Jahrtausenden laufen wir auf Steinwegen. Nicht einmal, der Schlaue konnte es glauben, als er diese wundervollen Geschöpfe sah, die über Steinwege lauften. Geschichten werden erzielt über riesige Steine, uralte, aus Drachenschuppen. Gut. Mäh, 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 mäh. Ah, guck mal, das kann auch weg hier. Was ist denn... Ich glaube, das ist schon wieder Civ-6 Musik. Kann das sein? Dieses Euphorische ist, glaube ich, Civ-6. Haben wir hier kein... Haben wir hier kein Dings drin? Ähm, warte mal. Nee, okay. Was haben wir denn hier noch alles drin? Okay. Angetriebene Laterne. Alter. Was ist denn los mit dieser Musik? Ah, halt's Maul. Halt's Maul. Pass auf. Ich nehm jetzt... Danke. Ich nehm jetzt erstmal die Erde. Ne, dann mach ich erstmal den hier wieder. Zack. Ach mein Gott, dieses Scheiß-Eins hier. Das gibt's auch nicht. So. Was ich natürlich machen könnte, wäre... Wenn ich jetzt gleich mal... Wenn ich das hier fertig habe... Ne, so, so, so. Den Stick... Den Stick... Den Stick der Wahrheit nehme. Ne. Der Stick der unbitterlichen Wahrheit. Und hier einfach mal ein bisschen runterziehe. Ich glaube, das mach ich auch. Und es wird schon wieder dunkel. Das gibt's doch nicht. Äh... Ich brauch schon wieder meine Fackeln in der Hand, sonst seh ich nix. So. Bitte nicht die Fackeln benutzen. Danke. Ach, warte mal. Ich muss das, glaube ich, erstmal wieder richtig auswählen, ne? Ach, mein Gott. Das gibt's doch nicht. Eigentlich keine, ne? Ne, das geht wieder nicht. Horizontal? Ne. Vertikal? Ne. Nord-Süd? Ne. Citizen Report. Rumors of Pirates closing in Norden, Osten. Auf Kakaochen City. They brought a ship. Better destroy it. Was? Äh. Hallo? Piraten? Hier sind Piraten. Pirate Spawner. Willst du mich verarschen? Warte mal. So. Ja. Die müssten natürlich dann auch spawnen, ne? Oh, hallo. I'll be back. Piratenkapitän. So, Piratenkapitän ist tot. Ich kann nix mehr aufsammeln. Warte mal. Oh, Gott. Jetzt kann ich wieder nix aufsammeln hier. Der beschießt mich mit Pfeilen. Aua. I'll be back. So, Bogenschützenpirat. Okay, ich muss die Spawner finden, ne? Ach, mein Gott. Ja, Momentchen. Ich bin sofort soweit. Ja, 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 ich weiß, dass du bald zurück bist, aber nicht mehr in diesem Leben, mein Lieber. So, ciao. Oh, Gott. So, tschüss. Tschüss. Und hier sind auch noch welche. Unten ist, glaube ich, auch noch ein Spawner, ne? Ja, ich glaube, unten ist auch noch ein Spawner. Und ich glaube, oben ist auch noch ein Spawner. Junge, oh, ist das nervig. Ja, ja, wo ist der Spawner? Kannst du mir kurz deinen Spawner zeigen? Aber wie schön das hier auch ist. Mein Gott. Wo ist denn der Spawner hier? Kannst du mir mal deinen Spawner zeigen? Haben die hier unten keinen Spawner oder was? Hä? Okay, die unten haben hier keinen Spawner. Hm. Okay. Kann nicht. Wollen die mich verarschen, oder was? Du bleibst hier. Wie der vorrennt. Haha. So. Alter. Ich muss mal kurz mal eben gleich mal eben hier, äh, das scheiß Jetpack ausmachen. Oder beziehungsweise so, dass man auch fliehen kann. Alle Einwohner liegen in ihren Betten. Ja, das ist ja wunderbar. Ich schaue mal kurz hier oben, ob hier noch ein Spawner ist. Ja. Da habe ich mir schon fast gedacht. Tschüss. So. Kakao FN City hat erfolgreich alle Piraten-Spawner zerstört. Sehr schön. Dann können wir uns ja jetzt hier umgucken. Okay. Hallo? Ist hier noch... Willst du mich eigentlich verarschen? Wo kommen die her? Nein. 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 Aufstehen. Hallo. Alter. Willst du mich verarschen, oder was? Hier muss irgendwo noch ein Spawner sein. Aber ich weiß nicht wo. Ich weiß auch nicht, ob der versteckt ist, oder so, ne? I don't know. Oh. Ja, da muss ich gleich nochmal schauen. Ähm. Ich muss mich aber erstmal um die Kollegen kümmern. Ich glaube, sie sind schon hinten hingerannt, ne? Ach, mein Gott. Hilfe. Wo sind sie denn? Oder wo... Sind sie despawned, oder... Anscheinend. Gut, dann nehme ich mal die Sachen mit, ne? So, was haben wir denn? Antiker Wälzer. Okay. Mein Colonies. Gab's die Piraten schon? Ich nehme das erstmal alles mit, ne? Piratenhut. Ich will einen Piratenhut haben. Piratenschuhe. Ich will Piratenschuhe haben. Kann ich die Piratenschuhe ziehen, bitte? Äh. Ah, ne. Dann wahrscheinlich... Okay, ne. Geht gar nicht. Die Piratenhut ist weg. Die Kakao in City hat das Meer von Eindringen gesäubert. Ja, das will ich doch mal gesagt haben. Okay, dann lass mal... Okay. Theoretisch können wir frame Fichtnolz, bitte. Diese Dinger könnten wir eigentlich alle mitnehmen, ne? Die Standing Barrels. Die kann man immer mal gebrauchen. Ja, komm. Ach nein, nicht so eine scheiß Libelle. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Gerade die Piraten zerstört. Jetzt kommt hier so eine Kacklibelle angeflogen, oder was? Äh. Das ist noch so ein Broken Spawner. Ganz ehrlich, den kannst du behalten. Den brauche ich nicht. Nein. Nicht so. So, die Standing Barrels nehme ich auf jeden Fall mit. Die Piratenbanner auch. Ne? Als Erinnerung. Ich weiß halt nicht, ob das sie irgendwann despaunt, ne? Das Piratenschiff. Ah, super. Danke dir. Obwohl, ich kann eigentlich unten einfach pennen gehen, ne? Ich hoffe, dann ist es noch nicht weg, das Schiff. So, ich geh mal kurz pennen hier. Ah. Das ist doch ein schöner Platz zum Schlafen. Warte mal. Wer hat denn mir geschrieben jetzt schon wieder? Okay, warte mal. Hehe. Ähm. Brauche ich nicht. Holzkohle. Holzkohle. Ja, die normale Kohle könnten wir mal mitnehmen. Seetang. Hier hinten haben wir nichts. Weißer Farbstoff. Das nehme ich doch mal mit hier. Ich... Kann das sein, dass das neu ist? Roher Kabeljau. Gut. Den kann ich irgendwo reinschmeißen. Weil ich kann mich nicht daran erinnern. Schwarzpulver, Sand. Okay. Hier, das will ich natürlich haben. Ja. Gebe mir das. Okay, eigentlich wollte ich ja den Weg machen, ne? Oh Gott. Jetzt habe ich gleich hier schon wieder das ganze Inventar voll mit irgendwelchen Kappes. Ah. Das gibt es doch nicht. So, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Lying Barrel. Wie doof das eigentlich aussieht, ne? So, ja. Gut, die nehme ich mal mit. Die kann ich mal hier mit reinschmeißen. Zack. Gut, dann hätten wir das. Den Kessel brauchen wir nicht unbedingt. Hier wollte ich auf jeden Fall mal schauen. Fichtenstamm, Eichenstamm. Hier Knochen. Ja, die wollen wir. Die brauchen wir auf jeden Fall. Hübisskerne. Weizen. Jo. Jo. Guck mal, hier den ganzen Fisch, den nehme ich mit. Den packe ich mir direkt mal ein. Prismarinenkristall. Ich nehme das mal mit hier. Fichtenholzschild, okay. So, mehr hatten wir jetzt hier unten nicht gehabt, ne? Hier wollte ich auf jeden Fall mal gucken. Oh, ja. Okay, die muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Aber alles Weitere nehme ich mal mit. Genau wie Laying Barrel nehme ich auch mit. Wither Skelettschädel nehme ich auch mit. Zack. Ja, da wird. So, sonst hatte der... Der hatte für seine Verhältnisse... Eigentlich hatte er ja immer hier den krassen Scheiß, ne? Glaube ich. Immer der Käpt'n. Aber der hatte jetzt im Gegensatz zu... Unten... Gar nichts. Ähm... War oben jetzt eigentlich auch noch eine Kiste? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Da war auf jeden Fall ein Spawner. Den haben wir ja weggemacht. Was ist das denn? Dekorationssteuerung. Reparieren. Der Arbeitsauftrag für Turkish Range Ships, Medium Pirate Ship, bla 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 bla. Ist außerhalb deiner Kolonie und kann deshalb nicht mehr gebaut werden. Ah! Okay, dann glaube ich, dass das... Das Schiff hier dann... Ich weiß halt nicht, ob das irgendwann de-spawnt, ne? Weil allem Anschauen nach... Wird es nicht so... Äh... Wer fliegt denn da rum? Okay, warte mal. Da muss ich mal selber kurz hinfliegen. Wer fliegt denn hier rum? Ist das ein Böser? Das ist ein Böser. Auf ne Biene! Honey Archer. Die ist aber lieb, die Biene, ne? Ja. Ja, Biene. Biene Meier. Ciao. Ähm. Sie hatte mit dem Teufel verkehrt. Und sowas können wir nicht dueln in unserer Stadt. Warte mal, konnte ich hier nicht die Dinger runter machen? Könnte ich hier nicht irgendwie die Dinger runter machen? Ich weiß nicht, das war ja irgendwie so... Nein. Hilfe. Da, hier, ne? Äh. Das hatte mal funktioniert. Auf jeden... Ah. Ah. Das finde ich immer noch mega geil. Ja, das finde ich immer noch mega geil. Ja, hier müssten wir auch irgendwann mal weitermachen, ne? Aber da müssten wir halt echt schauen, ne? Weil da brauchen wir sehr viele Ressourcen, dass wir erstmal... Ja, das muss weg auf jeden Fall. Das ist ja hier gespawnt. Das ist gespawnt. Dass ich hier nochmal so ein Ding hinmache, ne? Dass das übergreifend ist. Und hier hin ist ja auch so ein Scheiß gespawnt. Äh. Oh, was ist denn hier passiert? Und dass ich das dann einmal hier mache, dann hier hoch. Das muss dann hier hoch alles, ne? Alles hoch geteraformt werden. Dass es hier einmal rum geht. Lalalalalala. Bis theoretisch hier vorne. Aber hier haben wir halt das Schiff stehen. Das haben wir, glaube ich, selber gebaut damals. Ähm. Da müsste das vielleicht nochmal einen reingehen. Aber dann sieht es halt scheiße aus. Oder irgendwie anders hatte ich das geplant. Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte das ja hier komplett was ganz anderes werden. Ja. Äh. Hau ab, du Scheißschiff. Hau ab. Warum ist hier eigentlich eine Leiter? So hier, ne? So. Okay. Wahrscheinlich. Ein Design. Okay, pass auf. Ähm. Jetzt will ich mal kurz schauen. Hier. Keine. Ja. Jetzt ist die Frage, warum geht das hier denn nicht? Ich verstehe das nicht. Warum geht das denn nicht? Hier geht's auch nicht. Nur oben. Ja. Ja.